Ja, okay, nächster Trailer. 18.01.2020. Ist ja eigentlich schon fast hier selbsterklärend, um was es geht. Geht nämlich um meinen Umzug, um die Behinderung, die Tyrannei, der Terrorismus von der Firma Frohe Arbeit, die da wirklich alles dagegen hält. Dass es eben nicht so planmäßig vonstatten geht oder vielleicht überhaupt nicht vonstatten geht. Dazu mehr im Hauptfilm bei VK, Bitschut oder Raid News TV. Ich danke euch wieder mal. Ich habe euch lieb und wer es dann gucken mag, ja, dann könnt ihr es ja auch gucken.